Wir leben in einer Gesellschaft, wo es ums Sehen und Gesehenwerden geht. Man möchte sich gerne von der besten, schönsten und klügsten Seite zeigen. Wenn man in der Schule ist, zeigt man sich von der Schokoladenseite, um gute Noten zu bekommen. Doch beim Lästern über Schüler und Lehrer macht man mit. Welch ein Dilemma. Aber man möchte sich beim Bewerbungsgespräch schick machen, gerne ausschlafen, Sätze vorbereiten, saubere Fingernägel und natürlich schöne Kleidung tragen, weil man gesehen wird. Versteht das nicht falsch, meine lieben Geschwister. Es geht hier vielmehr darum, eine bestimmte Perspektive über das Leben zu zeigen. Und wenn man alleine ist, so ist dies deine wahre Persönlichkeit. Man denkt, man ist unbeobachtet. So schaut man sich Haram-Videos an, macht Haram-Handlungen. Viele Verbrechen werden dann verübt, wenn nicht das Auge der Justiz bzw. andere Menschen zuschaut. Warum werden die meisten Raubüberfälle abends verübt? Genau da ist die Gefahr sehr gering, gesehen zu werden. So wird man leider in dieser Gesellschaft erzogen. Liebe Geschwister, haben wir vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Basir ist, der Allsehende. Haben wir vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Tat sieht. Haben wir vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Gedanken von uns kennt. Genau daran erinnert uns Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran mit folgenden Worten. Wahrlich, Allah kennt das Verborgene, der Himmel und der Erde. Und Allah sieht alles, was ihr tut. Der Engel zu deiner Rechten schreibt deine guten Daten auf. Und der Engel zu deiner Lechten schreibt all deine schlechten Daten auf. Viele Menschen arbeiten halbherzig, aber sobald der Chef da ist, sind sie wie verwandelt. Plötzlich arbeiten sie schneller. Dein Chef sieht dich nur, wenn er da ist. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich jede einzelne Sekunde. Genau jetzt, wo du dir das Video gerade anschaust. Allah sagt im edlen Koran, Inna allaha sami'u un basir. Wahrlich, Allah ist allhören und allsehen. Liebe Geschwister, überlegt euch zweimal, wenn ihr alleine seid, was ihr schaut und macht. Denn Allah sieht euch. Es gibt einen Mann in Amerika, der als Abschlepper für eine Fendungsfirma arbeitet. Er hat zwei Kameras auf dem Auto dabei. Zwei Kameras in seinem Auto. Und dazu eine auf dem Kopf installiert. Wisst ihr, was seine Begründung für all diese Kameras gewesen ist? Wenn ich weiß, dass ich aufgenommen werde, Dann habe ich mich gut unter Kontrolle. Falls die Besitzer beleiden und aggressiv werden. Subhanallah. Meine lieben Geschwister. Er bringt sich wegen ein paar Kameras unter Kontrolle. Uns sieht Allah subhanahu wa ta'ala jeden Moment. Sollten wir nicht gegenüber Allah azawajal erst recht aufrichtig und ehrlich handeln? Jetzt versteht man, warum die Sahaba so viele gute Taten im Verborgenen verrichten konnten. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Tat von dir sieht, dann erhältst du Energie und die Bestätigung von Allah. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sieht dich, wie du gerade im Geheimen betest, fastest, spendest und wie du im Geheimen deine Tränen für ihn und die Ummah vergisst. Unser Herr liebt die Diener, die Gutes tun und ihn anbeten. Wir wollen sehen und gesehen werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Also liebe Geschwister, überlegt euch nächstes Mal genau, was ihr tut, wenn ihr alleine seid. Weiß er nicht, dass Allah ihn sieht?